Sooo, da sind wir wieder. Jetzt, okay, auch mal drauf mit dem Bild. Ja, 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 ich bin nicht immer im Bild. Gönn mir das doch mal. Die anderen 5 Meter Abstand. Ja, für alle, die gestern eventuell zugehört haben, haha, haha. Ähm, ich hab gestern gesagt, wir machen, äh, Trials of Mana. Aber, ähm... Nein. Nö. Nein, äh, wir wollten eben, wir wollten aber den Account kopieren und das Ganze funktioniert gerade nicht. Das ist jetzt ein bisschen nervig, das machen wir die Tage. Und dann spielen wir die Target Trials of Mana weiter und, äh, jetzt spielen wir einfach unsere Mario-Runde weiter. Genau. Da haben wir ja eh noch genug. Ähm... Dass wir schon einmal durchgespielt haben, ganz eben. Na klar. Zweit, jetzt muss ich nochmal eben... Wo ist ja den hier, ne? Na klar. Verständlich nehmen wir es mir vor. Also, wo du denn? Nein, ich dachte, weil das bei vorhin war das auch Player 2. So, nö, das ist egal, das kann ich ja selber entscheiden. So. Achso, äh, deine Leben sind, glaub ich, nicht mehr da. Doch. Doch. Meine Leben sind noch da. Aber ich könnte jetzt in 9 Jahren, hab ich nicht mehr so viel leben. Na, es kann sein, dass die dann auch weg sind. Also, irgendwie gab's da, ich weiß noch nicht mehr was, aber ist auch wurscht. Ich mein, Leben spielt meiner Meinung nach hier eh keine große Rolle. Doch. Man muss 3.000 sammeln. Nein. Gleich ist nicht bei 99 eh stopp. Versteckte Profäer. Nein. Deswegen, diese versteckte Profäer wirst du nicht kriegen. Hier. Kein Kommentar. Wir machen weiter, wo wir sind. Nein. Nach rechts. Äh. Weiß ich gar nicht. Wir kamen hier hoch, genau. Wir wollen nach rechts und ich muss noch was machen. Nein. Ich wollte nochmal eben was posten. Hast du was gesehen? Mit dem Controller abhauen. Hier nochmal eben. Und jetzt? Geht zu einem Level. Wir müssen die ersten beiden Level nochmal neu machen. Weil man erst nach dem speichern kann. Das ist dir wann aufgefallen? Das letzte Mal schon. Da hab ich gesagt. Entweder machen wir den noch, dann können wir danach speichern. Oder wir müssen die zwei Level nochmal machen. Wo geht's da hin? Dann kannst du in die andere Welt zurück. Schneller. Aber das ist irgendwie auch nur das getan. Du wirst dich trauen. Ich wusste das. Ich wusste, dass du dich auf jeden Fall jetzt wegschießt. Ich schieß mich ab. Ich bin tot. Viel Spaß alleine. Egal. Du kannst das vorher Zeugst ja schlucken und wegschießen, glaube ich. Konnte ich nicht. Du bist nicht tot. Ich kann dich noch hier. Dann machst du jetzt keine Verlern wie das Spiek. Ich arbeite das, weil das so ein Bonuslevel ist. Da rechnet doch keine Sau mit. Das heißt, ich kann das schlucken, hast du gesagt. Was ist da eigentlich, ja. Was machst du denn? Sterben. Dein Ernst? Alter, ja gut. Außerdem ist bei mir das Mikro im Weg. Ja, genau. Gib mir doch mal ein paar Ausreden. Wo wolltest du denn überhaupt hin? Zu dem Leben-Ding, ja? Du willst 3000 Leben haben. Oh. Wo willst du denn jetzt hin? Nach rechts. Du willst das Leben haben, habe ich denn? Nein, nach rechts. Hier, aber weiter. Jetzt mach ich mal das Vieh tot. Das war das. Alles. Warum? Da gibt es doch irgendwas Besonderes, oder? Wir hatten eine Fähigkeit. Ja, siehst du. Wir haben nichts. Klar haben wir was. Auf den Viechern rumhüpfen. Und nicht sterben, so wie ich. Ernsthaft. Was denn? Geh weg. Haben wir auch Platz noch für den Stern? Weiß ich nicht. Ich hätte das vorher nachgeguckt. Aber du wolltest mich ja wieder drängen. Nein. Mach so eine blaue Blume weg. Oder Pilz. Stimmt, wer hör dein Pilz? Nächstes Mal mach ich so eine Krone weg. Mach jetzt bitte den Stern an. Wofür? Lass uns doch erstmal wohin, wo wir hin müssen, oder? Den Typen töten. Ach, du willst unbedingt jetzt den? Dafür willst du einen Stern auffangen. Mach den Stern an. Ich renne jetzt in den Rhein. Was machst du da? Laufen. Du wirst einen Pilz eingesammelt. Nein. Das ist eine Eichel, du Dödel. Ein Eichelpilz. Wie? Du bist eine Krankheit. Alter! Der ist einfach weg. Aber du... Hast du ihn jetzt mit dem Stern auffangen? Ja! Ich bin einfach drüber gelaufen. Soll ich da rein? Ja. Der Stern war ziemlich unnotwendig, wenn ich das so sagen würde. Wofür? Nein. Wir haben gar nicht Stern mehr. Ist egal, wir wollen uns ein paar Leben. Scheiße, aber ich glaube, wir sind zwar eher nicht dran, dass wir uns jetzt Leben holen, aber... Du gehst nach oben. Ja, sicher. Was? Leben? Nein. Nein. Da hätte ich vielleicht nicht Mist gesagt. Scheiße. Dafür habe ich ein Leben eingesammelt. Super. Hab ich gesehen. Ich habe den beiden ausgewichelt. Ja. Fünf? Ich habe leider ausversehen. Fünf? Stampfer gemacht. Vier. Fünf. Wir haben ja Münzen. 3000, wir schaffen das. Ja, endet zwar bei 99, das wirst du dann sehen, aber... Indirekt weitergezählt. So, jetzt lauf weiter nach rechts. Nach oben. Nach rechts. Mobsi. Wolltest du Mobsi haben? Ja. Gut so, dass der Stern genutzt wird, oder? Ja, dafür macht er Sinn. Beim Mobsi. Ja, das stimmt. Du kannst einfach durchrennen. Rennen warf ich einfach. Äh, ja, längst den Knopf. B. Bei mir ist es kein B, deswegen konnte ich es dir nicht sagen. Gut, ich bin gerade am Ersaufen. Im Sand. Na, Flieger? Du pepelst. Den finde ich auch besser. Was macht das? Der ist wie dieser Eichel, da kannst du jetzt gleiten. Der ist eine Eichel, da ist doch nichts Böses dabei. Da kannst du so gleiten und bei dem kannst du das halt die ganze Zeit in der Luft. Okay, ist ja gut. Jetzt geben wir mal den Prozessenpilz ein, dass wir auch Platz haben. Und soll ich einen Wegwerfen davon? Nein, nein, nimm einen Prozessenpilz. Kann ich nicht, ich muss jetzt was wegwerfen. Ne, einen Pilzpilz. Ne, einen Pilzpilz. Ja, bitte. Und jetzt gib uns den. Was soll ich uns geben? Einen Prozessenpilz. Danke. Nach oben. Was willst du denn jetzt? Das waren wir doch nicht. Klar waren wir hier. Ne, waren wir nicht. Wir waren hier noch nicht. Na, dann kommen wir auch wieder nach unten. Richtig, und dann müssen wir das wieder machen. Ja, das haben wir ja noch nicht. Oder haben wir die Eiswelt mitgenommen. Und ich glaube... Jetzt so nie, ich bin so klein. Ich kann ja unter den Rock gucken. Das wird sehr rutschig. Du bist ein Klempner-Ferkel. Weiß ich. Du musst Peach retten, ne? Scheißdreck muss ich. Komm zurück, ich bin da. Rechte mich. Du kannst mich noch. Wie war das jetzt? Ach ja, so war das. Okay. Ey! Höh? Danke. Oh ja, Stauung, klar, komm. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Weißt du, gestern noch gespielt? Ahem. Du vielleicht. Ich habe das vorgestern das letzte Mal gespielt. Das ist schwer. Nein! Wo bist du? Ich bin tot. Ja, aber du musst doch wiederkommen. Ja, tu ich doch. Spann dich mal. Guten Tag. Guck mal, der Herr hat auch mal einen Fiss. Ja, ohne... Wenn mir das keiner klaut. Das war ja offensichtlich, was da jetzt was ist, ne? Schade, ich darf dich treffen. Bitte. Jetzt. Jetzt machen wir es. Hör doch auf! Dann mache ich. Was denn? Ich kann sich jetzt nichts mehr machen. Ja, außer das. Du hättest... Da hätte man das da oben gewusst. Ich dachte, ich kann das unter Däppern. Wir kommen da rein. Guck mal. Was hältst du davon, wenn wir einfach mal den Zwischenspeicherpunkt suchen? Und danach... Ach so, da oben kannst du auch lang. Wer braucht denn sowas? Du kannst da durchlaufen. Ich wollte erstmal hier gucken. Das sind doch nur ein paar Münze. Wahrscheinlich ist das der Weg, aber wenn wir hier nur... Ja, ja, na klar. Du kommst nur, dass du da oben dran kommst. Okay. Soll ich die Dach stampfen? Nein. Nein, das war falsch. Wir hätten den nehmen können, das Ding wegschießen können. Aufhör mich. Was? Was sollte das bringen? Ich dachte, ich bleib groß, dann wäre das Ding kaputt gegangen, wäre mir runtergefallen. Ich seh nix. Was? Du willst auch nicht? Ein Scheißdreck. Denk dran, du kannst dich auf eine Blase verwandeln, ne? Wie war das nochmal? Die beiden hinteren. Die Schultertosten gleichzeitig. Nein. Nein. Dir den Mötter, was du willst. Ich dachte nicht. Mach dich doch... Da hätte ich dich doch auch in Blase verwandeln können. Stimmt. Okay. Gnädig von dir, mein junger Freund. Oh, scheiße. Aber wie ist das überhaupt funktioniert, dass ich dann noch am Leben war und wir beide noch da waren? Voll die Blase-Blase-Blase-Blase. Hab ich überhaupt nicht begriffen. Das läuft super, läuft das. Level 2 war das, ne? So ungefähr. Bin so stolz auf uns. Ich wollte euch aber... Hm, ich glaube, da war nix. Das war's wert. Ich hab's trotzdem nicht gekriegt. Hoff doch einfach weiter, du behinderter. Warte, bist du da, ich kann dich runterhüpfen? Dann, dass ich in Abgrund falle, oder? Nein, dann kann ich ne Blase machen. Nein, nicht du. Lauf doch weiter, du Kloppy. Ach so, deswegen. Was hat das denn doch? Na, was hab ich gesagt? Runterfallen Blase machen, das klingt so. Der Vollidiot macht das schon. Ist der Pilz jetzt von da nach da geflogen? Was machst du da eigentlich? Ich laufe an den Stern hinterher. Welchen Stern? Also, ich laufe dir hinterher. Man hat den Stern, der sich da dreht. Was ist es wert? War zu schnell, war es dann doch nicht mehr wert. Lauf doch weiter, du behinderter. Warum bleibst du euch immer stehen? Was machst du denn? Du bist das. Ja, du machst den Job. Die, 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 die. Oder wie war das? Ja, so ungefähr. Bin ich jetzt groß oder klein? Du bist groß. Schalt drauf. Ich war Blase. Rettel geschafft. Ich war Blase. Ich war Blase. Kumpel Blase oder was? Ich muss am Stück nehmen. Oh, Zeitdreff. Oh, 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 oh. Boah. Wollen wir uns den Yoshi holen? Hast du das schon. Welcher ist das? Der Blaue. Stell doch keine blöden Fragen. Ich muss nicht erst wissen. Was kann der? Gleiten. Ein Pinguin. Aber der ist sehr praktisch im Level. Weil hier kommen nämlich immer so Pinguine. Da kann ich komplett fressen. Ja, Blubert. Ja, Blubert. Ja, es kommen ja nicht nur Pinguine, du Kloppi. Aber es ist doch egal. Er frisst die Pinguine. Das ist wichtig. Wow. Ein Eislevel. Und wir können Eis machen. Wir sind im Vorteil. Okay. Ich kann auch den Blubert auch rupfen. Warte mal, warte mal, warte mal. Sieht das hier nicht so aus, als... Nee, das geht nicht, wirklich. Das ist... Ja, aber du könntest hier auf den Blasen... Wieso gehen die hier so schnell hoch? Ich will sie nicht. Hast du das nicht gesehen gerade? Vielleicht ist das aber auch nur in bestimmten Höhe oder so. Ich hab mich durchgefressen. Das brauche ich dir. Ach, schlug. Entschuldigung. Ich hätte gerne einen Schnelltest. Ja. Du sitzt eh schon zu nah. Der sieht voll verfressen aus der Banner. Wenn ich die anblubber, dann wird aus denen was. Hast du das gesehen? Nein! Du Faschist! Was denn? Ja, jetzt ist meiner weg! Gar nicht, da komme ich gleich neuer. Nein. So, so spielt man, wenn ein meiner nichts könnte. Du, hier. Da, siehst du's? Jetzt warten wir, bis da wieder so ein Pilz rauskommt. Dann lass ihn mal näher kommen. Okay. Es war immer noch ne eigene davon abgesehen. Wie groß ist... Ach, guck! Nein! Das ist doch Zeit, ne? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das Mond. Ich rutsche einfach nur noch durch und scheiß einfach auf alles. Du bist eh zu. Ich rutsche hier mal da, ne lass mal, lass mal ein paar noch da, wenn das so okay für dich ist. Du kannst da an der Wand rum rupfen. Ich kann ja außerdem blubberbläst ja machen, dann kannst du auch. Hab's schon. Scheiß auf die Münzen. Komm, Sam, kannst du doch eh ein Stück gleiten. Mach du das doch. Nicht, wenn ich das Vieh hab. Nee, aber du kannst das ja abstellen. Ja, du willst es noch haben. Nein. Bin ich so ein bösartiger Mensch. Siehst du? Was machst du dafür da? Das ist mir offen. Wie ihr seht, zu 90% sterben wir immer, wenn wir mal uns gegenseitig umbringen. Ich bring dich gar nicht um. Du fliegst meistens von alleine in den Abgrund. Mich kriegt man nicht mal für Beihilfe. Guck mal, wie schick ich das gerade gemacht hab hier. Hier, ich geb die... Oh, geil. Okay, das war ungewollt, aber das hat echt... Das ist gut reinhauen. Wo? Speckstreifen. Mmh, Speckstreifen. Jetzt gibt es mir so eine Pflanze, die allen Ernstes wie Speck schmeckt. Aber wirklich wie Speck schmeckt. Wenn du jetzt durchlaust und das Vieh triffst. Ja, dann bist du auch wieder in so einem Bonuslevel, wo du sterben kannst. Du weißt doch, diese guten Bonuslevel. Ich hab's doch, dass das Vieh triffst. Möchtest du, dass uns das Vieh triffst? Krieg das auch hin. Ich dachte, du schaffst es nicht. Guck mal, hier gibt's Jorshis. Statt du einfach blubberst, ne? Weißt du? Dann fragst du es besser. Ich kann beim Jorshis. Ja, ich auch. Oh, Steine. Auwe. Die Kirsche noch, oder was? Ja, du weißt, schlimm genug, wenn du weißt, was das ist. Ja, das ist das Einzige, was hart wird da drin. Was geht ihr, jungen Frauen? Ganz vorsichtig, Knastko, ganz vorsichtig, ja? Nur weil du unser Hauptsponsor bist, können wir dich immer noch beleidigen, du Penner. Dürfen wir doch, oder? Dich driften. Was geht bei dir, Knastko? Könntest du mal... Könntest du mich als Schutzschild hier benutzen, oder was? Nein. Oh, das ist einfach geschickter. Ohohoho. Wolltest du das gerade einrollen, du kleines Arschloch? Ja, also manchmal, da erwartet man die einfach nicht, oder? Warum bin ich kleiner? Hm? Weil du doof bist. Du bist ein Pilz, sei froh, dass du laufen kannst. Schaffst du es? Ich helfe dir jetzt schon, da hoch zu suchen. Klar, genau, Hilfe, so würde ich das auch nennen. Versuch mich gerade in der Pause zum Mal zu überreden. In was für einer Pause? Von was denn Pause? Von der Malpause? Ich glaube, er hat Uni. Darf er schon wieder? Online. Ich glaube, das wird nichts mit den roten Dinger diesmal. Also, ich krieg meiner. Fick dich. Häng da irgendwie fest. Und das wird nichts mit dem Malen, oder? Das stimmt, weil er seine Figuren am Markt. Also, ich mach das, glaube ich, zu oft mit der Blase. Das ist schon so ein Reflex. Mach jetzt kein Reflex. Ich wollte gerade schon mal sehen, wie du da langflogst. Kannst du dir als Ausrede nehmen? Wir haben dich abgelenkt vom Malen. Kannst du bitte? Danke. Geh! Du bist da dabei, was soll ich denn machen? Das ist mir halt so stark hier. Geh weg. Da ist eine Fähigkeit drin. Ich bin rechts. Also. Alter! Nein! Warte, 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 warte. Ich will da auch. Mist. Danke. Danke. Fausten. Ja, dann warum gehst du überhaupt da hin? Ich wollte den mitnehmen, dann für den... Sag mal! Sag mal! Ja, ich quetsche mir die halt da ein. Fuck. Hehehe. Lässt du das mal? Was denn? Benna, du! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße. Scheiße auf alles. Komm gleich wieder. Danke. Oh, oh, oh. Nun, was, du! Was soll ich machen? Kann ich da nichts für? Du hast das Ding entfeißt. Warum machst du das? Warte mal, Schritt 1, nicht COD anmachen. Okay, das ist schon mal ein guter Schritt. Darum bin ich auch bei euch reingeschneit. Ja, das ist, wir sind so ein Entzugsprogramm. Guck lieber uns an, als COD zu spielen. Interessant. Nimmst du denn auch aufwärmst du mal? Ich bin auf der rechten Seite. Wissen wir alle. Haben wir gehört. Ist auch sicherer. Die werfen ich? Du kannst auch einfach... So nicht. Ich habe nichts gemacht. Ja, weil du die Decke berührt hast. Deswegen reicht das. Alter! Ich habe dich nicht geworfen. Doch, und sofort in den Gegner rein. Ja, shut up! Ich will mich rechnen. Penarino, du. Jetzt weg hier. Das läuft richtig gut, dieses Level mit uns beiden. Das ist ein richtiges Arsch-Level von zwei. Stellen wir euch ein bisschen zu viel. Habe ich schon. Ich habe ja alle eine Blase verbannt und bin alleine hier hochgelaufen. Fuck. Das ist mir gerade echt zu viel Action hier. Ja, ne? Ja. Ja. Hättest du es nicht gleich machen können? Ich kam doch gerade erst da dran. Was soll ich denn machen? Nicht durch die Tür? Genau. Hier sind nämlich Sachen. Auf der anderen Seite ist auch nochmal was. Das ist mir schon klar. Das wäre jetzt noch nicht so. Super. Warte, hier wird bestimmt auch irgendwo was. Das ist halt den. Da hast du doch den Pilz. Warum kommt der jetzt? Ja, komm runter! Der ist immer. Wenn du wiederbelebt wirst, kommt der irgendwann. Kommt der auch noch zu uns? Mach mal. Komm mal hier drauf. Ich glaube, das hilft. Oder auch nicht. Das bringt nichts. Hey, ich habe es nichts versucht. Stell dich nicht immer so an. Na. Du bist ein Arschloch. Gehen wir einfach mal rein. Schalt auf den Pilz. Ach, heute nicht aufnehmen. Okay, dann Unboxing. Unboxing zu den Figuren, die du letztens gekriegt hast? Oder hast du schon wieder neue bekommen? Kommt der vielleicht mal ein. Ja. Beides. Danke. Ja. Vielleicht sollten wir auch nicht immer direkt in einer Ecke hängen. Das war zu früh. Ja. Penner. Was hast du denn, Alter? War ein bisschen sauer. Ach. Speichern. Ja. Gibt mal einen, ja. Was hast du schon eingegessen? Für uns? Nur meine. Ich hätte jetzt gern ein. Mein Love Me Tender. Hier, guck mal. Ist das auch so ein Proteinriegel? Du machst gerade Schleichwerbung. Mir ist doch scheißegal. Ich kriege doch eh kein Geld für. Danach geht man ja auch Nintendo Schleichwerbung. Nee. Ist ja eigentlich irgendwie, wo ich mich hingehe. Und? Essen. Essen, oder? Ja, ich verstecke die Sachen. So kunde ich. Süßigkeiten, Süßigkeiten, Sack, Wasser, Wackel. Hier ist ohne Grund so dick geworden. Ja. Oh. Zum Glück gibt's gleich Leben. Ja. Knapp 60 kommen wir nicht hin, ne? Kann ich die fassen? Mhm. Äh, äh, äh. Oh, scheiße. Nie. Glaubst du, kommt da oben irgendwo durch? Ja. Team, die sich hier. Nein. Nein. Ich hab gewartet. Mhm. Ich hab gewennt. Hab ich nie erwartet, wenn ich ehrlich bin. Das war doch mal ne Kombi. Ja, das nicht. Die Figa kann man nicht anblüben. Ja, die Dinger kannst du auch nicht fressen. Was? Ach, was war das denn für ne blöde Aktion? Ja, du Kackpild. Da, hast du gesehen? Das ist kaputt. Dein Ernst? Hehehe. Was hast du denn kaputt gemacht? In so'n Stangekrieg. Ach, ich glaub, wenn die so aufgehen. Weil die ploppen irgendwann ganz auf, wenn ich mich nicht irre. Ich versuch's einfach nochmal. Nein. Wenn du nicht hinguckst, machen die auch. Du hast hier geguckt. Oh, ich hab's hier geguckt. Scheiße. Hier wird doch egal. Bleib einfach da. Kommst du jetzt eh mit. Ich hab' gerade den Vorteil erkannt, wenn du isst. Hm. Komm, 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 komm. Grüne Archis? Was machen die nochmal? Ja, die können so wegrennen. Ich hab' einen noch gekriegt. Wollst du den grünen, oder? Nein, ich hab' gesehen, was er bei dir brachte. Krieg' ich mal den grünen? Ach, die kann ich mal fressen. Dann bist du dann immer wieder hoch. Gleich damit? Ja, damit kommst du da hoch. Ich nicht. Nein! Ich versuch's nicht mit dir. Ähm. Kein Problem. Ach, ja, geschickt. Was hast du jetzt gedacht, ich sterbe? Nee, aber zur Wand. Zurückspringen, wenn wir da gleiten. Wieso sieht das so komisch aus? Weil die verwandeln sich, siehst du? Achso, die Verbrennung kommt hoch. Äh, ich glaub, wir hätten da lang müssen, ne? Nee, doch. Hupf! Mich hat echt ein Feuerball nach oben erwischt. Das wär' jetzt nicht wahr. Ach, ich werd' reich. Ich werd' reich. Nein! Luigi, du bist ein Arm! Ja! Es kommt nichts mehr da raus! Uh! Das wär' mag. Loh! Geschwindigkeit ist genau unser Ding. so ich mache mal einen youtube cut für alle die noch da sind bleibt dran alle die bei youtube gucken und das nächste folge einschalten